um auch sie haben der Dampf lässt sich schon mal kosten was du im nächsten Leben erwarten kannst ein schlauer Kerl würde nun ein Schrotgewehr benutzen ich bin ein Hammer wieder ja voll kacke jetzt findet man den nicht mehr? ne ich glaube nicht neustach man braucht auch nen Hammer oh ein Kerabiner ja meins ich hab die Schroffinthe genommen tschüss tschüss Tobin es sind drei Ventile in dem Raum, finde sie um den Dampf abzustellen benutze dein Blutgespür, mit ihm wirst du die Ventile finden ok genau das Blutgespür da findest du Ventile mit hab eins ich kenne alle deine Tricks krass ich sehe noch eins wie siehst du die jetzt im Teufel ja wirklich angezeigt werden die aber auch nicht ja als rote Markierung halt nur ne also roter Umriss das ist mein Hammer auch weg ne liegt auch da müsste euch noch liegen ja weißt du wo ich gestorben bin Alter viel zu viele Ficker hier ja hier ja hier oder? keine Ahnung kann auch ein Gegner gewesen sein toll das sind Beine schau was ist denn? hier liegt das hier liegt ein Hammer bei mir ja ich such dich gerade wo bist denn du? das große grüne Kreuz da ja nicht mit Blutgespür am Besten ja nicht mit Blutgespür am Besten wir sind nicht mehr heilig wir sind nicht mehr heilig achso das sind Ventile so erstmal Ventile suchen genau ja ich hab eins gefunden ich hoffe das war auch nicht eins von denen ich schon hatte ne ist es ok es wäre wieder Sicht hier hier ist es noch eins ne ne ist es ok die Sicht ist ja wieder da ist die die alte nicht wo ist sie? ach da Schiff war ein wer hinter mir gewesen ein Hit gegen den Kopf ist sie tot ey das ist gut da oben ist der mit ich hab ja voll ins Hocke gekuckt oh Munition gib mir Munition ich muss so ein bisschen mehr rumlaufen ist hier noch wer? nein Agenten benutzen Türen du genießt die Kanalisation yes toll die einen benutzen Türen du nimmst die Kanalisation du bist eingestellt du bist eingestellt ja diese Ladezeile das haben wir damals an Zeit vor Schwelle bei den Plästischen 2 und so wir haben eine vielzahl interessante Explosion hier nach vorne holen hm das ist die Arena die Bypass die Arena kommt auch noch irgendwann stimmt ja wo wir extrem abgelost haben äh geht doch so ein bisschen ein bisschen erlöser mit mir zu wenn ich schlecht ausverkauf Pass auf das Einzige was hat respektiert ist Stärke du musst dich durchkämpfen auch nix eh schon fest wie er nix kann wie er nix kann wie er nix kann hier ist noch Karabiner aber ja schon mal Position L Munition L Munition ok wir haben wir jo das scheint der Weg zu sein Doppelkill juhu juhu auch nicht häufig NEIN hör was tust du ich einfach untergesprungen bin ey dachte da kannst du hoch springen zum Fick bin ich denn jetzt hier ich weiß nicht ich glaube ich habe die einen runter geschickt naja da der ist da runter gefangen ich bin gleich wieder oben ja 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 mit dem eine so das ganze nachla warum der sieht der mich denn wenn ich den gerade anvisiere ist ja unfair Das fände ich äußerst nett, wenn er sich zurück teleportiert. Gut. Das ist ja gut dafür. Hey. Hmm. Alles klar. Du hast dreimal den Druckrad geschlagen. Hebst du jetzt noch oder bist du jetzt tot? Ich kannte den Agent. Arme Seele. Du machst ja nichts. Fledermaus des Todes. Toll. War nur noch der eine? Er hat mich sogar noch angeguckt. Hast du denn die Golden Gun da oben? Es muss einen Weg hier ausgeben. Suche eine Leiter nach oben. Hier ist ein Loch da unten. Hm. Die Leiter nach oben ist immer am Ende des Ganzen. Eine Leiter. Das schaffen wir doch. 19 Stunden oder so. Kann man hier FREIL, walksc. Oder vielleicht eine Arena Most�resse mit dakirkburg. Zeit was du drauf hast. Seid was du drauf hast. Achtung mir scheuиковers Streamlieder anschauen. Abw �莫-Re Bobb Huchawa. Abw Alter Das zu hoch schießt, wird mir so auf den Sack Ja, hier oben drauf sind so Guck, ob ich hier hochkomme von hinten Da ist er wieder Ich guck dir, wenn er mir grad anfliegt, der voll weg Gell Ja toll, jetzt fall runter Hallo, da ist er Ok Der trägt hier voll am Rat, die Töte da Was? Alter, Explosion Ich hoffe, dass keiner davon getroffen hat Nee Boah, ich hab da einen mit dem Gewehr getötet Ja Ups Ey, ich hab doch nachdem geschossen Geh bitte doch nicht Ja, da oben ist was drin Da ist der Sack jetzt Oh mein Gott Jetzt rennt der weg bei denen Ach sorry, weil ich ihn getroffen habe Da neben ist noch einer im Fenster hoch Ok Ist da oben ist noch einer Schnauze Höhöhö Du meine Güte Wo können diese Kugeln nur herkommen Tja Vielleicht noch hinter mir Aber ich suche einfach Munition Ich natürlich nicht hin Achso War ja nur einer, lächerlich Haben jetzt einen Sniper angepriesen? Woher kommen die Schüsse her? Die ganze Zeit waren welche da? Dann kommt der Kopf ins zu Höhöö Nein, das geht Nein, das geht Ich suche Munition Macht das schon, ne? Oh ja, er hat nur Scharfschützengewehr Ist doch doof Ach, der wär tot, ey Drecksack Noch ein Warnschuss Hier, bam Wie geht die Sniper Munition aus? Ey, überall Snipergewehr rum Ich bin keine So dahin gehen, wo so ein Typ erschossen ist Ey gut Oder halt hier in dem zweiten Ring außen rum Mit so Löcherchen denn Ist auch manchmal mit Schütteln Und Road G agree Hat sie echt besser im Nahkampf bis dahin Oh, ich bin gerade rauslaufen, ey. Was ist denn hier? Ich hab's Granaten einfach gefunden. Was? Wo ist denn der Spacko? Oh, da kommt der. Ah, ey, du. Das ist ja mal Sack, ey. Das ist kein Spiel, Junge. Doch, eigentlich schon. Oh, hab ich schon gekauft, oder? So spielen. Ah, das ist eigentlich schon zu der Pause. Oder sowas. Zwei, drei Meter laufen oder so. Mal so ein Break. Ja. Ja, irgendwann noch so ein Kapitel. Warum du hier bist halblut. Und ich weiß, dass... So wie jetzt zum Beispiel. Gott schütze ihre Seele. Du willst Lazarus erledigen und deine Seele wieder haben? Ich gebe dir die Soldaten und die Kugeln. Käufle, ich gebe dir alles, was du brauchst. Aber vergiss niemals. General Clay Cartwright ist dafür verantwortlich. Okay. Boah. Stellen wir sicher, dass du weißt, wer der Boss ist. Der Opa mit dem Ziegenbart. Gut. Pause. Lunch Break. Wie ist der Kopfhörer an den Ohren festgewachsen? Willst du nicht Pause machen? Hm? Willst du nicht Pause machen oder so? Kannst du es dir lassen? Aufnahmen natürlich. Ja. Ich brauche es dir... What? Willst du mehrere Sachen machen oder so? Daten Knallen Eigentliche G onöreństvertretti Die Frise split приготовel Untertitelung des ZDF, 2020